hallo und willkommen zurück zu xcom 2 mit covered infiltration wir gehen direkt auf die karte noch vier tage vor soldat schaffen wir das daniel ist wieder fit das ist gut und das ist fast fertig engineer es wäre nicht so schlecht könnte man mal probiere oder alle müssen wir noch zwei stück weg schicke mir gucken mal wie es ausschaut was uns das war ausweichen okay hatte auch schaut gut aus ja das ist gar nur so schlecht und martin ist nur martin ist womit martin nicht unbedingt matthias könnt gehen wir brauchen ausweichen eine hohe optionen was machen unser psionics ist jasmin ist wieder komplett fit und ist eva auch was ist gut dann würde ich sagen ja martin geht du mit silbe da feldmedizin ok machen ja aber ich werde es mal noch brauchen wir bräuchten vorteilige sprengkörper sind deutlich leichter und damit besser für den einsatz zu machen wir haben noch nicht so viel bombe aber das kommt noch ein guter zeitpunkt im letzten monat beeindruckend kommander aber es ist noch immer luft nach oben ja 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 das ist gar nicht gut das ist nicht gut aber das hier fehlt mir nicht ich habe eine ganz neue das ist schlecht also will die jahrt wenn wir das andere können machen wir das das ist schlecht aber überlebbar aber hier können wir leider nichts machen das war so muss ich erstmal so ignorieren ranger wie geile major ja nicht jetzt wichtiges zu tun ranger major das ist nachlater also so gut morg feiern klosen person ich kann mir mal hier nur großen personal 30 prozent kritisch ist doch nicht schlecht lockt und ja lockt und ist richtig gut kraschen das ist wieder mehr krit mir nämlich hier war center mars mit für einen mehr schade executioner oh ja mir könnte alle weg ja das dann immer auch und dann haben wir noch was was mal holen können das haben wir unten kreisen feiern natürlich ja gekauft super und du bist hektischer nachlader ja okay das ist ungut könnte man eventuell direkt beheben oder ja daniel du musst noch ausholen weil der hat auch was ganz übles so ob das mal gewähr cool 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 das ist so richtig gut wenn wir hier dann zwar aufsammler warte mal warte mal sie werden feststellen dass unsere ergebnisse alle die ehren so plasmaggewehr geil autoxy eine energie pistole und ein prototype sehr schöne so mir schließlich kann die bestreети erhaltung surf bara das geht auch sofort und nun sturmkanon aber hallo ich werde es zu unserer höchsten priorität okay der auserwählte den wir als jäger kennen scheint aufgrund seiner vergangenheit mit der schnitter fraktion der gleich wir können so ein gutes team sammeln stelle ich muss war du bist bist du dabei ist vor der auserwählte namen hat er immer noch bändisch und auserwählte sich die meisten anderen das ist so wie die aus fertig und so geht es jetzt direkt direkt schon weiter new infiltration mission genau die perfektion solcher genau so auch noch tempel das ist nicht gut ja dann was 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 muss man machen vip event fahrzeug mir bräuchte martin ist doch so martin und nina das hört sich gut an ja mir bräuchte ein tm ist müde das wäre so maßnahme ja das ist so gute maßnahme und dann könnte man wir brauchen auf jeden fall spezialist steffi kommt schmidt und sei das wäre nicht schlecht wenn ich mich sicherer fühle eva mitkommt oder soll man einfach nur achte martin ist unterwegs stimmt ja eva wieso nicht ok gut 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 wir fangen an auszurüste also ich sagen wir müssen uns noch bis sie zurückhalten ähm ähm das ist aber stumme power armor ähm 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 du nimmst ein magnetgewehr mit stock ähm du nimmst eine rauchgranate stefan nimmt ein ganz normales gewehr und ein nano medikit kammel mark 2 eva prototipe field armor nee wo soll ich nee wo soll ich kommen oder kommt du dieser komische auserwählte Energiepistole, ja Martin nimmt Energiepistole und Railpistole, ich glaube das ist okay, 20 AP hatte Martin, das ist irgendwie komisch, das ist alles komisch, ähm, Rafi, Eatworth, ja, könnte man vielleicht später mal holen, ich würde sagen, das ist eher okay, das könnte man so hinkriegen, also es ist ein schlechtes Team, das probieren wir einfach mal, gut, die müssen wir das erst mal unterwegs sind, kein Problem, wir haben uns überdurcht zurück, und dann muss ich mal kurz gucken, was mein Catzy hier verpläne hat, ich habe mich klar wieder drin, so, und da sind wir wieder, mal gucken wir für wie lang, Katz, er hat was gegessen, ist im Keller, wahrscheinlich gleich wieder, lange Gegenstand vom Adventzug, 23 Stunden, getarnter Einstieg, ähm, ja, Adventkontrollpunkte auf dem Land, das wäre ungut, Und die Jäger ist hier, Skirmager, Mac, Hansenträger, Andromedon, okay, Mewton, Heria, Käpt'n, Ja, Jaja, das will ich nicht, das will ich nicht, also gucken wir uns, was haben wir schon an, ja, ein paar Leute sind unterwegs, wir haben allerdings auch noch diverse Leute, ich glaube, das geht klar, der Jäger ist hier, ähm, so, mir, schauen sie eher schon mal, was müssen wir überhaupt machen, Mitchell kommt mit, Mitchell, ähm, Gegenstand, okay, wir brauchen Spezialist, wo sind das, wenn, wer ist, der ist, ein, 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 ein Dings, In Ubi, da, und du kommst schon auf jeden Fall mit, wir brauchen ein Spezialist, haben wir nicht noch hier irgendwo einer, oh, das Park, der kommt nochmal mit, also gute Idee, ein Spezialist, wir brauchen den Spezialist, Oh, mir haben wir einen Kenner, das ist nicht gut, doch, doch, wir haben das Park dabei, der kann auch, oh, Entfernung hake, oder müsste eigentlich kennen, müsste er kennen, er könne, So, ähm, Birgit und unser Scharmützler, Ich glaube, das wäre so eine Maßnahme, Ich bin auch schon angemitte bei, Können auch nur Förderung vertragen, wir brauchen nicht mehr Gutes, Das sind zwar zwei Gute, aber, Ähm, Jasmin, Oder, oh, nee, Jasmin, Jo, klar, ich muss hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen, Okay, also, Wir haben noch genug Rüstung, Das ist sehr gut, Wir Machen es eher schon, Ähm, Jasmin, Ne, du nöt, Du nämst, Wir gucken, wir haben ja gar kein Dings dabei, Das Gewehr, Ähm, Hm, Hedix Railgun, Ist gut, Spark Rüstung, Verstärkter Rahmen, Ist drei, Ja, Das sieht doch schon besser aus, Ähm, Ein Chinobi, Du brauchst auf jeden Fall, Eine Predator Rüstung, Du brauchst, Und mal eben, Das durch, Die experimentelle Klinge, Du kannst Spinneranzug nehmen, Gaussgewehr, So, Wir gucken, was wir mal, Noch herstellen können, Das haben wir auch schon, Magie Schattenhüter, Plaster, Kann ich nicht das, Warte mal, Äh, Ich bin grad verwirrt, Ähm, Das komische Falle Schnitter, Ionenklaue, Komm, Was soll der, Ganz nochmal, Ähm, Gaussgewehr, Ne, Ist das da, Plaster, Plaster, Gewehr, Ihre Fertig Vorräte, Ähm, Da können wir auch, Zwochstück machen, Genau, Da gucken wir einfach mal, Ähm, Das Prototyp Gewehr, Das hier, Ähm, Du könntest, Eventuell, Imitationsgerät, Mitnummer, Du nimmst, Panzerbrechende Munition, Überragender Schaft, Ja, Ihr habt, Das Panzerbrechende Munition, Das ist gut, Ionenklaue, Das ist in Ordnung, Was wünschen du, Mitnummer, Nanomethik, Warte mal, Das bietet uns, Ames Soldat, Ähm, Bessere Dinger, Warte mal, Äh, Sven, Wieso eigentlich nicht, Wieso eigentlich nicht, Ufc, AP, Evasive, Sensenmann, Ist nicht schlecht, Sensenmann, Nimm mal mit, Ähm, Mir haben auch irgendwo Giftgeschosse, Und mir haben jetzt noch, Äh, Dann kannst du eventuell auch, Ein Plasma-Gewehr mitnummern, Überragender Stecher, Ist gut, Ja, Das ist gut, Ähm, Magnetkanone, Das habe ich endst zu viel gemacht, Aber ist egal, Was können wir hier noch hin machen, Giftgeschosse, Eventuell, Warte mal, Die könnte mal am anderen, Hier, Eventuell ist sowas, Mal, Das hier, Ähm, Ja, Ich denke so, In Ordnung, Ich hoffe es doch, Joa, Das müsste eigentlich, Er kann hoffentlich, Hake aus Entfernung, Spark, Mit, Kann man doch noch irgendwas machen, Was kann man noch alles bauen, Äh, Bewachen muss, Moment, Hä, Seit wann, Achso, Das haben wir hier nur gemacht, Oh Gott, Ich habe das komplett vergessen, Ist das wirklich das Ding, Sven, Du bist doch so, Kandidat, Predator Rüstung, Die hat, Vier, Sechs, Hast du mich komplett vergessen, Dass wir das machen können, Meine Herren, Meine Herren, Sorry, Ich, 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 Ich habe es komplett übersehen, Dass wir schon nicht über Wacher Rüstung haben, Das wäre auch nicht schlecht, Das du, Aber, Das ist jetzt erst mal nicht drin, Das sind doch noch, Der Plus kriegen Geschosse 100 Vorräte, Müssen wir uns irgendwann mal machen, Gefechtskinder braucht man nicht, Self-correcting Rounds, Ne, Ist ja erstmal gut, Ja, Ich glaube, Das lassen wir sie erstmal so, Hm, Ja, Und da, Das sind wir auch, Ähm, Wir haben Highcrown, Das ist schon mal gut, Aber müssen wir uns erstmal gucken, Wo wir sind, Okay, Hier ist, Äh, Noch einiges geboten, Dann ist die Soundwall da unten, Okay, Und hier ist auch die Soundwall, Ja, Gehen wir direkt hier hin, Aber wir haben das Sven, Das Sven kann doch scouten, Come on, So Highcrown ist schön, Aber, Moment, Wir müssen da auch genug, Oh, Warte mal, Warte mal, Da können wir auch, Bis ich auf dem Highcrown bleibe, Das ist doch gar nicht so verkehrt, Oder? Davor will ich jetzt nicht unbedingt, Ähm, Begebe mich zur Zielposition, Die, Dings aufgeben, Äh, Okay, Ah, Einsatzheimer startet nicht, Bevor wir, äh, Komplett, äh, Beide Sachs sind, Das ist schon mal gut, Ah, Wie schnell auf dem Weg, Also, Wir haben alle Zeit der Welt, Den nehmen wir uns auch, Position confirmiert, Also, Ich würde es jetzt hasse, Ähm, My Concealment, Für ein, Turret aufzugeben, Aber eventuell kommen wir doch nur drum rum, Oh, Vielleicht die Panik, Dass die irgendwas triggert, Niemand, Okay, Hm, Das Mittel, Okay, Gut, Ah, Gut, Mir hat jetzt eh jetzt nicht mehr, Gut, Ein bisschen, Oben müssen wir, Also, Mir würde das, Ding auf jeden Fall, Platt kriegen, Das ist nicht das Thema, Oh, Es ist halt nur unnötig, Dass wir schon nur, Einbüschwander machen können, Aber, Vor allem, Busch braucht man einen Feinde, Okay, Na super, Zwei Stück, Sorry, Funktioniert nicht, Wenn du als Feinde komme, Das macht dir überhaupt Sinn, Was soll's, Ist es egal, Das war schade, Ich, Brauche die, Turtles nicht, Wenn man gleichzeitig Feinde hat, Das brauche ich überhaupt nicht, Sven, Bis noch verborgen sind, Insofern ist das okay, Panik entfernt, Achso, Unser Pseis-Soldat, Dann können wir es auch, Richtig machen, Oder, Dann können wir es, Oh, Ich habe was gesehen, Oh, Guck mal hier, Birgit, Was, Was, Was sind das für Geräusche, Die du machst, Ja, Überprüfen, Entweder, Alles gut, Was soll das, Okay, Also, Mit Geschütze haben wir jetzt, Kein Problem mehr, Das ist schon mal gut, Wir können, Denke ich, Noch hier hingehen, Das ist doch nicht, Ja, Ja, Stimmt, Gibt's doch nicht, Das gibt's doch nicht, Dann gehen wir halt, Wo an der Meetings vorbei, Ich gehe schon, Hm, Sexy, Nein, 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 Das ist, Wo ich war mit dem, Hm, Ich war, Borgen, Du könntest einmal nachladen, Das soll der Gehütz, Ähm, Birgit, Falls, Falls jemand kommt, Es soll doch was, Einspruchsvolleres zu tun geben, Ja, Kommt noch, Die, Die, Rasselbande, Da, Ich bin, Wie eine Ganzhelle, Natürlich, Und dann, Gib mir her, Hier, Weiß sie mal irgendwas, Na ja, Komma da, Kommt auch mal hier vorbei. Glaub mir, warten wir noch eine Folge ab. Eine Folge. Ja, okay, gut, 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 gut. Ah, komm. Ach nee, oder? Okay, mir könnte sie eigentlich triggere, du würd nix, die gehen. Spreche. Ich sollte mal das auch. Das soll die Frage, wo die hingehen. Wahrscheinlich müssen wir von unserem Highground runter. Eventuell gehen die ein bisschen nur durch. Wir probieren es mal, vielleicht haben wir Glück. Die Endrunde können wir wohl noch... Ja, was könnte falsch gehen? 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 Ja, ja, sehr schöner Schuss. Okay, schöner Schuss, okay, ja. Da kommt auch noch was, oder? Ändere meine Position. Gut, mach schon du. Ja, wie gut. Da haben wir keinen Besuch. Der haut ab. Hallo? Ja, 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 deine Kriegsche auch. Ähm, was ist denn, wenn man... Könnte denn du samt Ding Sprengen? Können wir vielleicht mal... Ähm, wer kann schon da... Doom? So... Sven... Mitchell... Ähm... Na komm, hau ne weg. Boah, ist nicht weg. Hau. So war enttäuschend. Sehr schön. Ich hab so gut wie keine Munition mehr. Soll man komplett wegkau? Mare Mauter. Ja, was? Was war an das jetzt? Beute zerstört, das ist nicht so wild. Ähm... Ja, der entdeckt uns dann, oder ist es grad egal? Oh, nö, 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 nö. Hohoho, fuck. Nicht gut. Nicht gut. Oh Gott. Das da könnte uns der Arsch retten. Das könnte uns der Arsch retten. Warte mal, ähm... Ich könnte... Ich glaub, das machen wir mal. Ich mache... Wie gesagt, das Andromedon ist schlecht. Ich mach halt die Nummer sicher. Wir gehen hier hin. Wir müssen... Das dann müssen wir mal machen, weil das... Das mag ich nicht. Das Andromedon. Aspektor ist eventuell noch weit genug weg. Und du könnt... Ähm... Ach, ne, du hast Mitchell, okay. Wensen, man. Bringt mal nix. Ähm... Hast du, hast du... Klingensturm. Komm mal da zum Beispiel. Klingensturm. Oh ja. Ja, ja, das ist gut. Ähm... Das ist sehr gut. Dann würde ich sagen... So, dann gehen wir hier hin. Dann sind wir nämlich hier ein bisschen in Cover. Oh, nein! Ach, wenn der getroffen wird, dann hätte man... Zwischen hier keine Klingensturm. Och, nee! Äh, hallo? Oh, oh, oh. Bist du dumm? Nicht genug! Herr, bitte medizinische Versorgung! Idiot! Auf die Seiten achten! Bisschen schneller Reflexe. Justing ein! Der muss sterben. Definitiv. Okay. Ja, hau du ab. ok nicht gut ok da müssen wir das wahrscheinlich beherrschung machen ich muss deine kinder nur bestreift das netter ernst wir haben hier im relationsgerät das gut wir haben noch optione wer kann denn das scheiß spektakil nein genauso ok gut 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 ein erinnern ist auch irgendwie mo heile wir kannten heile fisch ist jetzt um keine gute idee so warte mal du kannst du sagen wir können das bringt uns jetzt wenig das bringt uns wenig im relationsgerät das haben wir jetzt natürlich nie mehr wir hatten das bürgit hast du das ja ok mir könnte einmal ich kann wahnsinn machen wir brauchen im relationsgerät da wahnsinn ist blau damit haben wir noch eine option dann haben wir ein reich prozent das probiere war immerhin ok noch besser ok coverig inspirieren genau dann ziehen wir das mit bieten das imitationsgerät das muss sind ich finde dass der sei doofi granaten schießt das wäre überhaupt nicht gut ein bisschen glück kommt noch unser äh der etude hier so wo ist unser spark ach toll die munition overdrive funktioniert jetzt auch nicht so gut du hast nur einen schuss dann würde ich sagen den firmen wir sind ja wir können nach wir haben schrägter müsste das ding sehr schrägter anschauen du hin eventuell sogar schusshörige je nur dem wieviel prozent vorhanden 68 ist man zu wenig Schusshagel die Wustung muss weg und wir müssen treffen Oh, hoffentlich wird das ein bisschen markiert Hm, da brennt es zu viel, das ist mal nicht geheuer So, da haben wir dann noch das Spark Okay, wenn wir das dann machen, könnte wäre gut Sehr schön Sven Ich glaube, es hackt Ich glaube, es hackt hier Oh, das soll es 8 bis 10 Was denn das hier 8 bis 13 Beherrschung ist ein bisschen wenig Wahnsinn ist auch ein bisschen wenig Ja, mehr noch Optionen 8 bis 10, 40% Crit Ja, probier's mal Jawoll Okay Ähm Peitschenheap Oh, wie sie eigentlich nicht Ja, wunderbar Oh, eventuell könnte man sogar Äh, hier Sven Irgendwann Muschelhumor treffe Wow Okay Okay, okay, okay Okay Okay, okay Jetzt eine ganz kurze Pause zum einfach schnaufen und durchladen Wie schau's nicht aber aus Ja Verbleibend 6 Stück Oh je Ein Blanche Medikit Ähm, das ist eventuell gut Können wir mal ein bisschen heile noch Ah, du Monolader Ist jetzt besser Und du Musch Komm hierhin Und du Hierhin Oh, oh, okay Ja, das war gut Ach du Scheiße, was hat der Verwaff Okay, du Musch sterbe Aber sowas von Aber sowas von Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ähm Gut Wenn man's wollte Könnte man hier Diesen hier machen Die Nullanze Wolle man das Wolle man auch Der muss weg Die Waffe fällt mir nicht So Ähm Flash, da machen wir mal guter Schade Auch betäubt Wunderbar Ähm Steady Weapon Ist okay Wie nah sind wir dann aber eigentlich Da sind wir Wow Oh, guck mal Das ist schon da Also das ist gut Das ist gut Ähm Okay Auch gut Ähm Lade mal Mofo ist ja mal Ich würde dir das doch gerne Hula oder was Triggere Das wäre jetzt Extrem ungut Ja, das so ist schön Jaja Das, das passt Das passt Gut Ah, die weiten Flächen So Ich renne mal hier hin Bei Ihnen ist der Heile Bei den Eckschrund Ja, noch ein bisserl Zeit Ist das auch sicher? Ich nehme mich viel Aber ein bisschen Ne, Birgit Nicht Kinky Unglaublich Was machst du für Ends? Ich schlafe niemanden vorbei Ich halte die Augen offen So Langsam zählt's Ähm Ich gehorche Vorerst So, hier können wir Ähm Natürlich Natürlich Auch die wir gewartet haben Auch Ne, oder? Ne, oder? Der Idiot Sorgen wir dafür, dass wir dieses Mal ausschalten Ähm Mitchell Kannst du? Ne, du kannst nicht Mitchell Ähm Ähm Okay Ja Oh, Mist Ähm 4,60 Und tschüss Und tschüss So Sven Ganz dringend hier nur heile Ähm Sven Hat jetzt noch Ähm Mitchell Warte mal Das könnte man eventuell Können wir das irgendwie nutzen Hm Was ist da drüben? Hier sonst Keine Sicht Leider Null prozent Okay Ich glaube das bringt Momentan noch nichts Irgendwas machen Aber Ich glaube nicht Da können wir uns lieber in Eine gute Position bringen Das sind auch alle Feinde Ja Das war okay Ist ein guter Schuss Mach schon du Gift 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 ist dem glaube ich egal Das ist ihm auch egal Vorbeischhese Ja Okay Alles gut Oder Kämpfen Oder irgendwas Oder irgendwas Genau Oder irgendwas Jetzt sieh schon Kenner meh Was soll denn das? So Mir könnte hier Leere Spalt Wieso eigentlich Nicht kommen Das sind die Letzten Feinde Machen wir Bisschen Spaß Hier Ähm sehr schön nein noch nicht aber bald hoffentlich lohnt sich das ja so wie ich auch ihre 50 kommen probieren wir mitscheln leider nicht es bewegt sich noch das muss aber wohl die kielsen oder das müsste aber wohl die kielsen oder das dort gibt es doch nicht ok das war auf die minute ja komm egal die chance hauptsache die mission geschafft das ist gut ok nur einer soldat verwundet das ist in ordnung bergut hat nix jasmin ok der marcus falke keine zeit zum bluten das barg nichts ist das nach genug mitschel abschluss assistent tage ok müssen wir damit leben aber sonst kennen uns bergert eine beförderung hätten schuss gutchen damit haben wir erfolgreich eines von sehr schön ins genetisch modifizieren der war bei könig wichtig würde ich gerne so schnell wie möglich mit der autopsie beginnen das darf ich in hoffnung dass ich ein tieferes was noch mal dafür erschoben wie genau sie diese rasanten veränderungen erzielen konnte wenn ich naja tauschungsaufzeichnung steigerte aggressiv aktivität das sind das chancen sofort nach der aktivierung von feuerschutz einen schuss abzugeben das ist nicht gut der feuerschutz machen ok und folge ist wieder viel zu lang deshalb hammers für heute das war in ordnung und beim nächsten wo geht es weiter bis dahin dann bei bei